Grüß Gott, was geht für uns? Hallo! Leute, ihr habt euch das seit langem wieder gewünscht, dass wir eine Fußball-Challenge haben. Haben wir schon mal einen gemacht? Nur so, wenn wir treffen, können wir das kosten, ne? Keine Ahnung, Abi. Ihr wollt was für wieder eine Fußball-Challenge machen? Deswegen haben Jan und ich uns hier so eine Halle gemietet. Kannst ja einmal so zeigen. Ja, keine Ahnung, denkt euch, wir passen mal wieder. So, Leute, wir machen ein paar Challenges. Und dabei nehme ich den Blick auseinander. Leute, Huni, wenn der eine Challenge aussah, hochhalten, vielleicht gegen mich gewinnen, weil ich das gar nicht kann. Aber der wird nicht eine einzige Challenge gegen mich gewinnen. Kannst du sowas, Jamvik? Kannst du sowas, ne? Kannst du sowas, ne? Auf jeden Fall, wir machen hochhalten. Und wie wir sagen, Jamvik ist am HD, let's go. Das ist eins, wo ich vielleicht verkacken gegen Jan. Ich kann das nicht sagen. Der hat gesagt, der kann noch dreimal bei hochhalten. Habe ich gesagt. Oh, zu anstrengend, Leute. Wie viel waren das? 12, 30 Stück, ne? Was ist das zu schießen? Du hast recht, hör mal. Meinst du das im Ernst? Komm, mach drei, du hast gewonnen. Mach drei Mal mit Fuß, du hast gewonnen. Mach drei Mal mit Fuß, du hast gewonnen. Letzter Schuss. Mach drei Mal mit Fuß, du hast gewonnen. Ich hab drei 10 Stück gemacht. Mach drei Mal mit Fuß, du hast gewonnen. Mach zehn Mal hier auf den links. Schaff den nicht. Letzter Versuch. Mach auch Richtung. Leute, keiner muss den da versuch. Leute, das war's. Erste Challenge. Drei. Oh, fast. Drei. Das waren keine drei. Erste Challenge habe ich gewonnen. Und ja, nächste Challenge loaded. Elfmeter, schieß doll. Holla. Ich nehm dich was. Freut mich da zu viel. Aber wir nehmen mal auf, ne? Sind doch keine Fälle, wenn wir in der Halle sind. Ja. Leute, ich sage, ich treffe vier von fünf. Außer... Ne, ich treffe gar nicht. Auseinander. Ich mach mein Training mit dir. Holla, mach nicht feste. Fünf Schüsse hier, oder? Nicht feste. Ah, weh! Eins. Und der hat so platziert. Schau so, mein Gott. Der hält sich von meiner Neuheit. Hä? Eins. Eins. So, links. Das ist überhaupt schon gut. Wenn ich auf drei Meter schieße, bin ich noch mal. Eins. Schau, der war halt im Mittelgeschoss. So. Drei. Holla, die da ist was. Ah! Iziolo! Ich hab mich jetzt bald. Iziolo! Oh, Javi geht's bald! Hey, Gegner, oder? Du bist so arme. Ich hab ja gesagt, vier von fünf. Du machst drei von fünf. Drei von fünf? Drei von fünf? Ich will eigentlich so machen, aber ich kann das nicht. Der lässt sich. Ich predicte dich jetzt. Oha, Arme, Arme, Arme! Geh noch weiter zurück. So, ich schwöre. Arme, auf! Ah! Ah! Der hat schon den Gwein. Kein Glück da unten. Jetzt kommt Jambik. Hier, Jambik. Hier, Jambik. Jambik war früher Fußballer, ähm, ich meine, Torwart. Das zählt nicht. Wir machen und warten schon Tor rein. So, und schieß! Der Jambik war Torwart. Nicht mehr Ficke, versuch nicht mehr Ficke zu schießen. Das ist ein Eins. Uuuuh! Zwei. Warum machen wir ja gar nichts? Ich hab da irgendwie die Chance zu nutzen. Wie viel war das? Drei von null. Ohhhh! Ohhhh! Der hat noch einen Versuch, ne? Aber trotzdem hast du gewonnen, oder nicht? Wie viel hat der jetzt reingemacht? Nur einen. Okay. Der hat ja reingetroffen, oder? So! Der zweite Punkt geht an. Jambik. 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 Mein Wider. Nein, zwei. Ja. Jambik. 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 Ich will sagen, ich fang mal wieder an. Jambik. Das ist glaube ich das Schwierigste und das ist auch bisschen an G. Ich glaube ich traf ein oder zwei. Von hier? Ja. Okay. Ah, putz. Ich glaube, ich hätte keinen Sinn. Scheiße. Ersten. Egal, ein Wüksgefahrt war immer Leute. Nur ich. Für Fortuna Düsseldorf. Zwei auch. Ich traf auch drei. Ich hab da jetzt zwei von drei. Ja. Ich traf aber drei. Du triffst noch zwei. Einen hast du noch, Cem. Wenn du dich triffst, dann hast du Fortuna. Aber alles. Dann mach ich locker und dann gehen die aus. Ich treffe auf drei. So Leute. Ich bin ein mathematisches Genie. Ich berechne jetzt anhand meiner mathematischen Formel, wie ich die Latte treffen muss. Und zwar muss ich die in einem exponentiellen, na nicht exponentiell, sondern in einer Parabel treffen. Und dafür nehmen wir die auseinander. Ich muss sie erst berechnen. Wie kommt das? Gleich kommt Kurvendicklsituation. Ohhhh! Oh mein Gott, er macht jetzt nicht. Fass ich mal selber drauf educated. Wie hast du denn geschrien? Was hast du denn geschrien? Was hast du denn geschrien? Marz, Marz, ich berechte, Studium. Was hat er denn jetzt gemacht? Oh mein Gott, was passiert? Da wäre er! Hier ist mir prägt gewesen. Nein! Komm, John. Ich muss kurz wieder meine Formel anwenden. Wenn du jetzt wieder triffst, Respekt. Was soll das denn machen? Das ist diese Kurve, die ich machen muss. Oh mein Gott, Volker. Anscheinend bringen Mathekünste hier was, ne? Einen hast du noch. Bei den Triffskanten zumindest. Leute, der erste Schiss war wirklich krass von dem. Ich hab wirklich gedacht, er hat da jetzt irgendwo eine Lösung gefunden. Aber anscheinend ja nicht, ne? Oh, ich wollte dir nur Vorsprung geben. Jetzt gebe ich nicht jede Challenge. Du hast ja gesehen, ich hab den gerade beim ersten Mal getroffen. So, das nächste Challenge. Man muss von hier... Also von dem 9-Meter-Punkt drüben ins Tor treffen. Genau. Das sind 9 Meter? Keine Ahnung, das ist glaube ich 7 in der Halle. Ich weiß nicht. Shit, deswegen hab ich nicht getroffen. Ich hab den ganzen 6 Meter berechnet. Darf der bei vorher auftippsen oder nicht? Manche machen das, dass er erst dahinter auftippsen darf. Das ist viel zu schwer, sag ich. Ja, mit auftippen. Hä, dann mach ich los. Drei Versuche, jeder? Fünf von hier, glaubt mir. Weil die werden instant reingehen, glaube ich, alle. Einfach ein Pass spielen, so weißt du. Und den noch. Gepackt? Leute, weil ich so krass bin, mach ich den sogar von hier. Drei. Das ist easy. Für mich ist das easy, ich glaub, der wird das nicht hinkriegen. Der Letzte von hier für dich, Can. Dünn. Dich, ich hab den geil drauf. Zwei Nase getroffen. Alle drei getroffen, jetzt ist Can dran. Kann ich einen Testversuch machen? Nein, du schießt. Du triffst eh alle drei. Hohoho. Oh, die Picke. Der kam perfekt mit Picke, ne? Oh, die schießt. Oh. Normale, ne? Der macht wieder Picke. Der geht doch rein. Ach du Kacke. Susanne, du willst selber nicht treffen. Ich würd treffen, du Vollidiot. Oh, wie alt hab ich... Das geht nicht, das geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht. Mein Gott, hast du jetzt nur einen getroffen. Mach du doch. Du würdest selber nicht treffen. So, jetzt machen wir noch ein 1-B-1, Leute. Weil ich nicht ziehen werde. Das ist eins, was zählt. Meine Tore zählt doppelt. Wir machen bis zwei. Bis drei. Bis drei, Can. Bis drei. Sofort halt für dich, ja. Bis drei, komm, go. Eins, zwei, zwei. Und... Elmas ist nicht das Tor, Leute. Mein Bein. Mein Bein. Mein Bein. Mein Bein. Mein Bein tut weh. Freistoß. Ich bin Freistoß. 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 Hä? Komm her. Komm her. Das ist dein. Das ist dein. Darfst du da stehen? Ja. Wie da? Ja, ich halte da. Mit zehn schießen. Das ist der einzige Schuss. WAS? Das ist dein Schuss? Das ist dein Schuss, das ist dein Schuss. Oh, no. Ich kann nichtÓ. Stopp, stopp. Warum warst du denn das? Wana? Wohin, mach doch. Jett, ich mach das meinem Tipp. Das ist einfach so. Abseits! Aua! Schon wieder das Unternetzung. Jack, wenn das Leute sind, die wollen nie wieder mit dem Bisschen spielen. Aua, mein Bisschen! Ich rufe einen Filter! Mein Bein! Von hier! Das war hier! Aua! 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 Jack! Aua! 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 Nein! Aua! 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 Aua!